Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo zusammen, ich bin Andit und ich mache eine Lehre als Automobilfachmann. Oh, eine Sekunde. Grüezi. Guten Tag, ich habe ein Problem mit meinem Auto. Okay, können wir sie dahin nehmen. Alles klar, dann mache ich mich gleich auf den Weg. Als Automobilfachmann mache ich Service. Öl wechseln, bremsen, kontrollieren, falls verschlissen sind, wechseln, Flüssigkeiten aufföhlen und ab und zu geht es größe Arbeit, zum Beispiel den Zylinderkopfwechsel. Ich habe besucht den Beruf, wo ich gewählt habe. Ich wiesche als Kleid auf, und wir fahre mit der Kfra, das Auto zu reparieren. Und ab dem Moment, wo ich einfach wissen wollte, wie überhaupt so ein Auto entstanden ist, wie der Motor funktioniert, wie der Getriebe funktioniert, auf dem Zeitpunkt habe ich schon gewusst, dass ich ein Auto Mobilfachmann werden will. So, ich habe die Tüge der Bremsschiebe gemessen, um zu schauen, ob es verschlissen ist. Aber in diesem Fall ist es ja nicht verschlissen. Jetzt muss ich den Rad auf und ich muss schätzen, wie lange ich das brauche. Wenn du aufreit hast, an schönen Autos, dann bewege dich so beim Mercedes-Benz. Das war's. Untertitelung. BR 2018